Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 3. Ja, 10 Jahre nach Release des Spiels und fast 2 Jahre nach Beendigung meines Gothic 2 Let's Plays ist es endlich soweit, wir machen uns an Gothic 3 ran. Ähm, ich habe zusätzlich zum Spiel noch installiert die neueste Version des Community Patches, weil ohne geht nicht. Äh, die Content Mod und das Quest Paket, beides ohne Sprachausgabe. Schöne Dinge auf jeden Fall. Und bevor wir der Schläfermaske hier zu lange in ihren dunklen, finsteren, gemeinen Bann fallen, würde ich sagen, fangen wir ein neues Spiel an. Äh, mit alternativem Balancing, das macht es kurz gesagt ein bisschen herausfordernder, ja. Und Content Mod, genau. Gothic 3. Das Spiel mit dem Ladebildschirm, die ihr ab diesem Moment nicht mehr sehen werdet. Aber den ersten Ladebildschirm muss ich euch noch zeigen, denn der erste Ladebildschirm im Leben ist immer etwas sehr Besonderes und Mitreißendes. Fühlt ihr nicht, wie er euch in seinen Bann zieht? Und in 10 Jahren werdet ihr ihn euch nochmal ansehen und werdet denken, wow, das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Was labere ich eigentlich für einen Schwachsinn? Anscheinend fange ich ein neues Let's Play an oder sowas. Eine Jo-Wald-Produktion. Ein Piranha-Bisse-Spiel. Gotisch 3. Scheißen-Drecker. Oh-la-Saga. Oh-la-Saga. Scheißen-Drecker. Ja. Schrumpfkopf Diego ist am Start. Und weil das mit magischen Barrieren bisher immer so eine unglaublich gute Idee war. Geh, geh, geh! Und so begann es. Hey, ein großer Kampf findet statt. Am unteren Bildschirmrand befindet sich die Schnellleiste. Ja, danke schön, ich möchte keine Tipps mehr sehen. Ja, wir sind nach den Ereignissen in Gothic 2 eigentlich ziemlich nahtlos am Festland angekommen. Und da wollten wir hin, falls ihr es mittlerweile vergessen habt. Korinus ist ja wahrscheinlich von Orks überrannt worden. Wir dachten uns, ach, warum hierbleiben, wenn es doch in der Ferne viel schöner ist. Und da sind wir jetzt. Aber hier ist es auch nicht wirklich schöner. Die Orks scheinen zumindest ziemlich gut bei der Sache zu sein im Krieg der Menschen gegen die Orks. Um nicht zu sagen, sie scheinen gewonnen zu haben. Und wir müssen uns hier irgendwie durchsetzen. Wir sind auf diese komische Siedlung getroffen und, naja. Hier warten ein paar der schleimigen Halunken bereits auf uns. Nein! Du hast mir die EP von den Megamods geklaut. So begann eine epische Reise. Mit EP-Stealing. Wie er mir halt einfach die EP geklaut hat. Ich bin stinksauer. So, äh, kämpfen gegen die Orks ist am Anfang immer etwas fummelig, weil wir hier doch gegen recht viele Gegner kämpfen, die sich ziemlich unvorhersehbar dafür entscheiden, uns entweder zu schlagen oder es gerade nicht zu tun. Aber wir haben unsere Freunde mit dabei, die uns helfen. Diego, Milton, Lestergorn und ein paar andere. Diego in dieser Version auch ohne Schrumpfkopf. Das ist in der Tat etwas Besonderes zu sonst. Ich nehme direkt noch einen Heiltrank. Ich habe keine Lust mehr, auf dem Boden zu liegen. So muss dieses LP nicht beginnen. Oh, danke. Wenigstens kriege ich von dem die EP. Nein! Jetzt! Da stand er. Der Stehler meiner EP. Spürt ihr nicht die Tragik? Pro Katz Leibwache. Du bist gefeuert. Der Typ ist tot. Und ich habe nicht mal die EP bekommen. Und da liege ich auch schon im Dreck. Ja. Dieser Anfang ist ein wenig wirrsch. Ein wenig wirr, besser gesagt. Oh Gott, Armbrustschütze hat uns entdeckt. Ich gehe mal in dieses Haus hier. Wahrscheinlich könnte ich mich jetzt in ein Bett legen und so kostenlos regenerieren. Aber Leute. Äh, nein. So was machen wir nicht. Oh mein Gott. Na. Sklavenjägerlein. Nur du und ich, okay. Aber ich bin etwas ungehalten. Weil ich genau weiß, dass mir der fette Koch hier gleich die EP stehlen wird. So macht man das. Genau. So kriegt man EP. Indem man dir einfach deine wegnimmt. Eigentlich waren es ja seine. Okay, sonst noch was hier? Oh ja, da oben finden Tänze statt. Hier ebenfalls. Gorn hält uns den Rücken frei. Das ist gar nicht Gorn, das ist Lee. Ich habe gerade Gorn und Lee vertauscht. Und wenn wir uns hier gut anstellen, überleben sogar einige der Sklaven. Das ist recht schön, aber muss nicht sein. Oh, danke. Rückzug. Rückzug. Wir könnten dem jetzt unendlich lang nachlaufen. Aber das müssen wir nicht. Ich glaube, sobald er verschwindet, kriegen wir seine EP. Ja. So sollte das immer sein in diesem Spiel. Ihr lauft weg und ich kriege eure EP. Nach mehr frage ich eigentlich gar nicht. Können wenigstens meine sogenannten Freunde mir die EP nicht mehr klauen. Ja, wir sind schwer verletzt, legen uns erstmal hin und fragen dann morgen nach, was los ist, würde ich sagen. So. So ist es ein wenig besser, ein wenig heller. Das hier ist ein Dorf namens Ardea und wir haben es befreit. Oder? Haben wir? Reden wir erstmal mit unseren Kumpels. Die da wären. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt werden noch mehr von ihnen kommen. Mein Synchronsprecher ist gerade gestorben. Du musst Wachen für das Dorf finden. Ja, also anscheinend meint er jetzt so, hey Junge, die Orks, das war gar nicht so schlecht mit den Orks. Die waren voll okay. Und wir einfach nur so, sag mal, hast du Sumpfkraut geraucht? Hast du vom Sumpfkraut pur genascht? Aber, ähm, die Orks, die wir hier in Gothic 3 treffen, sind nicht ganz so krass drauf wie die aus Gothic 3... Äh, zwei. Die aus Gothic 2 waren eher wie Tiere, die Menschen höchstens verstümmelt haben. Die in Gothic 3 sind ein bisschen zivilisierter. Und halten sie nur als Sklaven. Äh, du hast gut gekämpft. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut bei deiner Statur. Ich hätte eher gedacht, du formst, du rollst dich zu einer Kugel zusammen und machst alle platt. Hey, mach mal halblang, du Hungerhaken. Ja, ähm... Was ist passiert, bevor wir eintrafen? Die Stimme des Helden kann ich auf keinen Fall nachmachen. Die Orks suchen immer nach neuen Sklaven. Adia war bis vor kurzem noch frei. Und jetzt wieder. Frei von Orks, aber leider auch frei von Rebellen. Das klingt irgendwie komisch. Die Orks kamen einfach her und haben das Kommando übernommen. Sind die böse? Arbeitsfähige Bauern, Schmiede, Alchemisten und einfache Bewohner wollten sie mitnehmen. Wohin bringen sie die Sklaven? Meistens zu alten Tempeln, Ruinen oder zu den Minen. Eigentlich immer dorthin, wo man mit einer Schaufel, Spitzhacke oder Hammer arbeiten kann. Suchen die Orks etwas? Suchen die Orks etwas? Wer weiß, vielleicht nach vergrabenen Schätzen? Das kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ja, ähm... Wie ihr bemerkt haben solltet, muss ich ein paar der Dialoge vorlesen, weil sie so im Originalspiel nicht sind und weil die Sprecher dieser gemordeten Dialoge auch nicht wirklich gut sind. Um genau zu sein, Computer stimmen. Tja, äh... Wo finde ich Leute, die das Dorf bewachen? Ein paar Tage vor euch ist ein gut bewaffneter Mann ins Dorf gekommen. Er heißt Tristan. Die Orks haben ihn auch versklavt, aber er ist noch hier. Vielleicht weiß er, wo du Männer auftreiben kannst. Männer findet man meistens da, wo man auch freien Frauen findet, im Puff. Tut mir leid, wegen... Punkt, Punkt, Punkt. Schon gut, auch wenn es nicht so aussieht. Es sind fast alles Muskeln. Ja. Wo kommst du eigentlich her und warum siehst du so abgemagert aus? Ich? Ich komme aus Kurines. War eine lange Reise mit dem Schiff. Und ich mag keinen Fisch. Tja, und da hat unser Held sich davon ernährt, dass er einfach ins Holz gebissen hat. Wir haben dir viel zu verdanken. Jaja. Aber Holz ist nicht allzu nahrhaft. Ja, und die ganzen Zusatzinfos waren jetzt praktisch optionaler Zusatzcontent. Normalerweise hat der Mensch erstaunlich wenig dafür zu sagen, dass wir gerade sein Dorf befreit haben. Hey, Junge. Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härterer als die. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? Wann hat er das gesagt? Hi, Diego. Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Roba gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert. Was ist mit Lester? Lester ist unglaublich interessant. Ähm. Nochmal zur Rekapitulation der Story. In Gothic 1 ging es darum, dass der König, um den Krieg gegen die Orks zu gewinnen, diese Minenkolonie aufgebaut hat, wo wir das magische Erz für die Waffen des Königs rausgekratzt haben. Aber die Minenkolonie haben wir höchstpersönlich ja dann in die Luft gesprengt. Und in Gothic 2 ging es darum, dass der König einige Paladine vom Festland aus nach Korinus gesandt hat, um doch irgendwie noch an Erz zu kommen. Aber, ihr wisst noch die magischen Worte, diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Bam, bam, bam. Ohne die Soundeffekte. Und hier in Gothic 3 sind wir jetzt auf dem Festland und offenbar haben aus irgendwelchen Gründen die Menschen den Krieg verloren. Tja. Hi Milton. Wer war dafür wohl schuld? Ich kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagien ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Auch eine großartige Idee, die Magie, die normale Magie, die wir zum Beispiel als Feuermagier in Gothic 2 gelernt haben über die Runen, ist sozusagen plötzlich einfach nicht mehr da und das war natürlich ebenfalls ein großer, großer Nachteil im Kampf gegen die Orks. Ich komm mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Also, viel Glück. Pass auf dich auf, Milton. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Ach, bevor ich es vergesse. Ich muss dir noch etwas Wichtiges sagen. Was gibt's? Hör zu, wir haben schon viel erlebt. Wirklich viel. Und ich wollte dir meine wahre Liebe gestehen. Nein. Erst die riesige magische Barriere, dann die Drachen und zu guter Letzt das sagenhafte Irr-Dorat. Ja, es ist einiges auf dieser Insel passiert. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass wir nun eine komplett neue Geschichte erleben. Das ist das Problem an Gothic 3, oder wie? Ähm, was meinst du damit? Kannst du dich noch an die vielen Dracheneier im Minental erinnern? Natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich vergesse nichts. Wie heiße ich nochmal? Berechtigte Frage an der Stelle. Äh, das ist gut. Gut, dann brauche ich die alte Geschichte nicht wieder aufrollen. Wie meinen Teppich. Worum geht es nun? Der Punkt ist der Punkt. Wer hat uns damals garantiert, dass nur auf der Insel Dracheneier verstreut wurden? Meinst du, es könnte auch hier Drachen geben? Ich meine erstmal gar nichts. Es ist nur ein böser Gedanke. Belia, Belia, hat auch hier Einfluss. Es wäre sicherlich möglich, dass bereits Drachen geschlüpft sind. Muss ich dann auch hier auf Drachenjagd gehen? Drachen brauchen sehr lange, um zu ihren vollen Mächten zu kommen. Die Drachen des Minentals waren bereits uralt. Wenn es nun auch hier welche geben sollte, werden es wahrscheinlich junge Exemplare sein. Macht sie das deswegen harmlos oder gar zu Haustieren? Nein, natürlich nicht. Es sind immer noch Drachen, wenn auch etwas kleiner. In Ordnung. Ich werde nach diesen Echsen Ausschau halten. Ja, das wäre gut. Wenn du tatsächlich einen Drachen treffen oder gar töten solltest, versuch mich zu finden. Dann überlegen wir uns weiter, wie wir vorgehen. Bevor du daran denkst, das Auge Innos hat hier keine Macht. Wieso? Es hat doch blenden funktioniert. Es basiert zwar auf göttlichen Kräften, doch die Magie des goldenen Gefäßes bündelte die alte Runenmagie. Dann ist es nur noch ein Schmuckstück ohne Kraft. Ja, leider. Die Drachen würden dich wohl erst fressen und dann das Amulett langsam wieder auswürgen. Äh, ja. Ich hab's verstanden. Vergiss nicht, wenn du wirklich einen Drachen erledigen solltest. Sag mir auf jeden Fall Bescheid. Das werde ich, Milton. Das werde ich. Niemals. Hey, Lester. Wir haben dich schon gesucht. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Äh, äh. Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was vor Sachen besorgen. Hast du ja auch bitter nötig. So wie du auf dem Schiff ausgesehen hast, habe ich mich damals nach dem Fall der Barriere gefühlt. Immerhin hast du wieder Farbe gekriegt. Hättest besser die Fische füttern sollen, als deine Rüstung zu beflecken. Erinnere mich bloß nicht an Fisch, Lester. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Davon gehe ich aus. Ja, hab ich auch mal was zu labern während der Dialoge. Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Ja, hab ich noch bis zu, bis zum Schluss. Wer ist von sehen, Wie kann ich dich um euch rausge CRC? quase Will. Ich werde mich mit ihr, Ich werde mich mit dirНу. Ich werde mich militaryérence вдch OF Wir haben einen assisten,